Und es gibt natürlich noch immer viele, die viel über E-Mail arbeiten und das, was er halt, also sein Hauptkritikpunkt ist einfach, dass du nicht deine Arbeit über E-Mail steuern kannst, beziehungsweise anders ausgedrückt, dass dir deine Arbeit nicht über E-Mail diktiert werden soll. Und du halt alles, was du irgendwie tust und die ganze Steuerung in der Organisation, jetzt sowohl extern, wo man es nicht so steuern kann, aber auch intern, wo es noch viel dramatischer ist, weil da könnte man wenigstens was dagegen tun, dass das eben über den Posteingang sozusagen der Regelkreis ist. Und das findet er halt fürchterlich und wenn man da erst einmal ein bisschen Zeit hat, dahinter zu blicken und zu überlegen, wie das eigentlich, was man schon mittlerweile als ganz normal findet, wie das eigentlich läuft, dann stellt man erst fest, wie verrückt das eigentlich ist, was da passiert in vielen Aspekten.